Ein Wunderschuun! Ja, willkommen zu Clickerhebo! Ähm, ähm, so. Oh, guck mal, genau. Moment, geht nämlich gerade, wird langsam wieder langsamer. Äh, schade, ich dachte, wir kommen noch her. Ha, ich könnte mal ganz kurz versuchen, mal ein bisschen in ein aktives Bild rüber zu gehen. Mal gucken. So, danke schön. Okay. Ähm, na gut, das verdient jetzt natürlich auf wesentlich weniger Geld. Ne, komm, das mal lieber. Das wird ja zu lange dauern. Ähm, ja gut. Ah, ich will sterben. Hm, na gut, äh, so. Was wir natürlich machen könnten, wäre... Aber gut, dann muss ich mal aus der Level 280. Äh, bis zu Level 400 fehlt er nicht mehr so viel. Brrrr! Ich würde gerne noch ein bisschen hochleveln. Ich meine, der Lili haben wir jetzt mit zumindest geschafft, unsere Barbie. Aber mit Katmia, das wird definitiv noch nichts. Schade eigentlich. Was bin ich eigentlich so rum? Level für Solomon ist ein Level für Jaggernaut. Ja, gibt es Alternativen, was wir, äh, weckschmeißen können. Schade auch das. Auch wieder Jaggernaut. Ach komm. Ne. Hallo. Danke. Das bringt grad nichts. So. Yay, wir haben unsere 2 Millionen voll. Juhu. Hardcore und so. Ähm, ja. So, wir könnten auch langsam mal... Habe ich mich grad verguckt oder kriegen wir schon fast oder mehr als 50.000 für ein einzigen Primal. Das ist natürlich schlecht. Äh, nicht schlecht. So, was wir machen wollten. Genau, hier auf Level 200. Genau, auf Level 200 kriegen. Machen wir mal so. Okay. Damit wir wieder saubere, saubere Level bekommen. Und ich hätte jetzt mal so ein komisches Dreckskack geduldet. So, und dann gucken wir mal, was wir hier machen könnten. Ähm... Ich nehme euch das mal komplett raus, damit ich euch das kontrolliert, wo ich leveln kann. So, und wie gesagt, hier gucken wir erstmal, was wir hier machen könnten. Wir gehen mal gleich auf die vollen. Tausend Level. Oh ja, kostet ein bisschen viel. Äh, ja gut. Vor allem, es würde auch gar nicht so viel bringen. Das wäre überall gerade mal eine Verdoppelung. Ja, wir haben mehr als... Wir haben fast... Ja doch. So. Decker. Mehr als 50.000. Oh, der Juriama. Ähm... So. Ähm... Ja, hier nicht. Hier wollte ich. Genau. So. Das heißt, tausend Levels bringen wir uns erstmal nirgends noch was. Wir könnten tatsächlich mal Jaggernaut ein bisschen hochleveln. Ich mach mal doch ein bisschen aktiv. Brauchen wir zwar länger zum hochleveln, aber wir kriegen einfach mal... Also, wir brauchen erstmal ein bisschen wieder ein bisschen Zeit, bis wir unsere Motte hochleveln können. Äh, unsere Helden. Aber trotzdem können wir gleich noch hochleveln, vor allen Dingen, weil wir jetzt viel stärker sind. Verdient zwar weniger Geld, sind aber stärker. Ist an sich eigentlich immer... Ja. So, dann machen wir nämlich etwas, was ich mir nicht wirklich traue, deswegen speichere ich erstmal. Weil ich weiß grad nicht, wie gut das hier skaliert. Äh, also das kostet ja 200.000. Das nächste kostet ja nämlich schon 400.000. Oh mein Gott. Okay, lassen wir es mal so. Jetzt haben wir durch den Klicker hier bereits den tausendfachen... äh, den dreifachen Schaden tausendfach klar. So, und hier, wie sieht es hier aus? Ah ja, das wären grad mal... Lassen wir erstmal. Oh, hier fehlt einer. Der Kultural? Na ja, hab ich noch nicht übersehen. Komm mal, komm mal. Oh, lol. Hup. Da hab ich den Typen Eiskalt übersprungen. Ich glaub's ja nicht. Nee, nee, nee. So, damit die... 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 die Müsste ja, ich sterbe. Wahrscheinlich wieder. Mindestens ist jetzt zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen keiner gestorben. Also ist das schon mal eine Steigerung. So, haben wir schon 2,1 Millionen. Kommen wir noch viel weiter? Was frag ich. Wir kommen noch locker weiter. Allein weil der kritische Treffer mittlerweile... Digga, die Balken gehen komplett weg. Selbst bei dem Boss gehen die Balken gerade komplett weg mit einmal. Was ist da los? Was für kritische Schaden machen wir denn gerade? Okay. Ach ja, wir haben die alle auf Level 1000 gelevelt, ne? Aha. Ja, das ist natürlich dann auch nicht weiter verwunderlich. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt. Okay. Das heißt also, aktiver... Alter, selbst die Bosse gehen einfach weg. Das ist so... Ich weiß nicht. Das ist so unnatürlich. Okay. Siehst du, ich habe auch letztes Mal wieder meine alte Auto-Bibliothek, also ganz früher, als ich noch zur Schule, also zur, ja, Mittelschule wollte ich gerade sagen, gibt es ja hier in Deutschland gar nicht, ähm, zur, zur, zur Schule, gegen so 15, 16 Klasse, ne? Mein erstes Handy, Sony Ericsson, ne? W350i, also richtiges Walkman-Handy, ähm, und ja, da habe ich letztens ein Leafier gefunden von einer nicht mehr genannten, von einem nicht mehr genannten Radiosender, wo es dann einfach so ging. Sag mal, es heißt doch immer, die Klügeren gehen nach. Aber wenn die Klügeren immer nachgehen, würde das dann nicht bedeuten, dass die Dümmeren die Welt regieren? Ne, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ja, und dann kam dieser typische Dingel, ne? Und dann, ja, ähm, musste ich wieder ein bisschen schmunzeln. Vor allem, das Traurige ist ja, damals, als ich das Ding gehört hatte, ne, da war das so ein bisschen so böser Humor. Aber wenn man sich heutzutage immer in der Welt umschaut, dann hat das ja einfach nicht mehr mit bösem Humor zu tun, sondern das ist ja einfach, ja, ich meine, man braucht sich einfach nur umschauen. Ich meine, Amerika, Türkei, Nordkorea, wer, wie werde überall regiert, was für flachen Marken das eigentlich mittlerweile alles sind? naja auf jeden fall habe das vorhin wieder gehört so können wir uns natürlich nicht aber langsam merkt man wieder steigt der geldwert wieder hier auch mit was halt daran habe ich habe nicht gesagt was halt daran liegt so viel zu dem thema ok dann haben wir damit also noch mal ein paar level geschafft mit dem aktiven bild vor alllegen wird doch hier noch gar nicht ist das kann man bei 5.000 neue level erreicht atlas naja ist der hier ganz schön durch wachsen aus wisst ihr was ich mache mal etwas er kommen die gute damit gibt einfach mal alles müssen wir jetzt so voll kontrollen und dann bekommt dann mit die anderen ja auch noch mal ordentlichen bonus bekommen die anderen auch ein paar aber halt nur ein paar und nicht hier ich hasse dich so sehr klar digger was geht ja ich fick deine ist das hier einer ernst ich will nicht mehr leben will nicht mehr leben die hat so viel und der klaut immer von den ja wenigstens haben ich schau dich gleich tot willst du mich ruinieren ich schau dich kennt ihr dieses spiel wo man diesen tisch hat wo die löser drin sind wo dann so diese ganzen diktries rauskommen und man dann mit hammer drauf fahren muss genau so komme ich mir gerade vor hier was ist denn hier los ähm kontroll du die nein shift genau da äh 2 nein ich schau dich ich mach dich ich mach dich du in der teller 2 2 jetzt haben die hier wieder 1 oh ich schau dich ich hab doch gerade 1 nochmal ähm kann sein dass ich das äußert hab ich in 3 gegeben ihr kriegt ne krise jetzt wird die mich gar nicht mehr abgezogen so fertig jetzt noch alle mindestens zwei digga was geht mit dem spiel ab boah alter man kann sich auch los wieder anstellen hier ne ist ja ne ne so war es jetzt zu meiner zeit nicht gegeben na so jetzt haben wir 300 dann haben wir nochmal die vierfachen schaden ich hab auch krassen schaden wegbekommen ey alter na gut schon wieder weg ja klar weil sie jetzt natürlich extrem viele guilds hat ist natürlich ihre stärke auch grenzenlos um das mal so auszudrücken ach lassen wir das mal ok ähm tja ketten mehr schaffen wir vielleicht trotzdem nicht zumindest nicht jetzt in der aufnahme ich lasse diese ähm diese dieses whatever einfach mal durchlaufen ne komplett bis zur nächsten aufnahme und mal gucken wie weit wir kommen außer ich merke natürlich wirklich ich bleibe jetzt irgendwie komplett stecken und das bringt nichts mehr aber sonst versuchen einfach mal zu weit zu kommen wie möglich und vielleicht in dieser hier schon mal auf kappen mehr zu kommen auch schon fast 60.000 weil wir sind bereits level 3 300 es fehlt also nicht mehr so viel um auf sie zu kommen das ist das dürfte also machbar sein vor allem wenn ich mir wieder meine combo aufgebaut habe ich kriege hier immer noch bei 8000 rum das geht definitiv noch ja von daher bin ich da sehr optimistisch dass sie noch was geht immer schön darauf zu warten weil wenn der instagram kommt und einfach mit einmal weg ach ja ich habe was haben wir auch unseren alten rekord gebrochen ne wo waren wir da ist gar nicht mehr so viel hin wir können natürlich noch die ganzen level mal schön machen dass ich da hier aus gut ja das ist ja auch zu großen ruhen danke 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 ok um so so wisst du was einfach euch das kann so easy jetzt haben alle schon 100 level sehr gut so 25 kostet noch ein bisschen was so ha sonst ist hier noch was ich weiß nicht hier haben wir alles hier haben wir alles hier haben wir alles die sind sowieso Gott alter ach die frühesten werden frühestens morgen Mittag fertig äääh wo Mittag ah ne morgen früh wird es auf jeden Fall nicht bis morgen früh sind es 15 Stunden und der kürzeste dauert hier noch 17 Stunden das wird also definitiv nichts 15 Stunden ne was rede ich da doch das können was wären bis morgen früh sind 17 Stunden also immer noch zu lang tja ok also kriegen also werden die alle doch erst also er hier morgen Mittag na er auch ja doch er auch und ihn haben wir dann halt später erst auch morgen auch morgen Mittag auch morgen Mittag ne nicht wirklich mal gucken außer ich äh fange morgen auch wieder nach 13 Uhr erst äh nach 15 Uhr erst wieder an aufzunehmen weil jetzt die Aufnahmewege ist auch ein bisschen später geworden wegen wegen weil Dingen ne ich hab ja noch ein Leben neben den Aufnahmen ne von daher aber gut so dann setzen wir hier nochmal ein bisschen Butter ein sehr schön hat er nicht ganz gerecht schade aber noch eine kiste na komm eine kiste kriegen wir doch noch nicht zusammen hier oder das wäre ja wohl gelacht Dig auf mein server sind einfach wieder 5 Leute online what is that los na gut ah kann jetzt mal bitte in die Kiste kommen wie eine Schatzkiste was ist denn hier los ich brauche money ich brauche kohle ich brauche cash und wir bekommen schon wieder mehr als wir haben nice das gefällt mir ich schaue euch mal mit hier guck ich guck ich guck ich guck ich mach ich die Stunde Dörter das einzige schön ist wenn es hier so lange dauert mit den Gegnern will jetzt natürlich wieder etwas stärker werden klar äh dann steigert euch schon meine Kombi schneller an weil natürlich der länger klickt was wenn ich jetzt schon wieder bei einer 12.000er kommen würde das ist geil vor allem freue ich mich halt ehrlich schon wenn wir im Falle so weit sind aber ich weiß nicht ob wir das schaffen das kann ich jetzt echt nicht einschätzen dass wir ihn hier irgendwann mal auf level 1000 haben ne der will 10.000 genau der müsste der level 10.000 werden genau weil dann haben wir nämlich einfach mal 100% pro klick das ist krank dann haben wir also aber auch nicht unsere Stärke und jedenfalls wenn wir klicken kriegen wir unsere Stärke nochmal mit dazu also das ist schon krank ja ja der Jojo der ist geil man kommt damit zwar auch nicht unbegrenzt weit klar weil irgendwann werden die Monster natürlich auch einfach mal absolut stark aber man kommt extremst weit für das Verhältnis ohne dass man ihn hätte also macht schon einen krassen unterschied gut ich meine ganz ehrlich ab einem gewissen level macht ihr alles einen krassen unterschied wo einfach 60.000 langsam knapp auf einer Zeit interesting schaffen tun wir ihn aber nicht mehr so fluffig ja komm boom ja ok was dann noch unter 60.000 schade so dann machen wir nochmal vierfachen Schaden dann haben wir einen Schaden läuft gut dann würde ich mal sagen machen wir auch am besten an der Stelle erstmal Feierabend? Fragezeichen ja doch machen wir ja da sehen wir uns heute abend wieder mit Nordland ist ja mittlerweile auch schon fast fertig 9 von 16 naja was jetzt ok in dem Sinne schauen wir drauf in dem Sinne schauen wir drauf wir haben